UNTERTITELUNG Ich habe so viel Respekt für diesen Mann. Er ist wahrscheinlich der beste Ambasator für Swiss Hockey. Er ist der Motorrad von HZD. Wie lange Bierle spielt, ist er Nummer 1. Die Geschichte einer Club-Ikone. Grandios und doch geerdet. Ich glaube, es ist wichtig, dass du nie vergisst, von wo du kommst. Ich bin hier aufgewachsen und das ist mein Herzensclub. André Sambühl, geerdet. Inside Plus, die Doc-Serie. Freitag, den 4. November, auf mysports.1